Hi, Whisky Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich The Quiet Man Irish 12 year old Single Malt. 46%, 60 Euro. Was wir hier haben ist ein Single Malt aus Ireland. The Quiet Man wurde nicht nach John Wayne benannt, sondern tatsächlich nach dem Vater des Gründers. Das war hier Kieran McGrew. Und Kieran McGrew hat einen Papa gehabt, der eben in der Kneipe gearbeitet hat. Und 50 Jahre lang hat er dahinter der Tresen da gestanden und die Leute zugehört. Und The Quiet Man bedeutet, ich konnte ihm alles anvertrauen und er hat nichts davon in dieser Welt hinaus pauserniert. Keine Ahnung. Gut, also The Quiet Man baut eine neue Distillery dort in Derry. Das ist im Nordwesten von Irland. Und das ist Niche Drinks. Seit 1983 verkaufen und vertreiben sie verschiedene Produkte inklusive Irish Coffee auf der Weltmarkt und auch am Irish Creme Liqueur. So, was wir hier haben ist im Vergleich zu dem Blended, was ungefähr vier Jahre alt war, vom Cooley. Auch der andere, der acht Jahre alt, den ich gestern probiert habe, war auch von Cooley, auch nur zweifach destilliert. Endlich habe ich etwas, was dreifach destilliert wurde. Denn was wir hier haben, ist ein Bush Mills. Elf Jahre alte Single Malt. Die neue Distille in am Derby ist noch nicht fertig. Erst 2018. Das heißt, drei Jahre später. Das heißt, 2021 gibt es zum ersten Mal echtes The Quiet Man Whisky. Bis dahin haben sie einfach verschiedene Whisky aufgekauft. Besonders haben sie dann von Bush Mills eine gewisse Kontingent aufgekauft. Und das haben sie dann da gelagert. Auch irgendwo, irgendwie. Und es gibt ein Video bei Facebook, bei The Quiet Man Seite, wo man sieht, wie der Besitzer, der Kirin McGrew, selbst ein Sherry Butt abfüllt. Ein Sherry Butt umfasst ungefähr 500 Liter. Ingesamt hat er dann 24 Stück davon gehabt. Und die waren, laut seiner Aussage, waren die alle circa 30 Jahre alt. Also ist schon eine Weile, die sie da auch mit dem Holz und mit dem Sherry im Arbeiten waren. Diese Whisky kommt nun da rein. Und das ist eine interessante, denn es ist nicht unbedingt sehr dunkel. Es ist massig hell, finde ich. Also ich habe mit Michael Morris, der ist der International Director of Sales von The Quiet Man geschnackt. Und er erzählte mir, dass das tatsächlich Produkte waren von den Bush Mills. Und ja, er findet den am besten. Natürlich. Das gibt es auch erst seit einigen Monaten auf dem Markt in Deutschland. Der 12-Year. Zuerst kamen sie raus mit einem No-Age-Statement, einem Blended Whisky, was ungefähr vier Jahre alt war. Den acht und jetzt seit einigen Monaten, heute jetzt hier in 2017, haben sie endlich den 12 Januar rausgebracht. Wenn ich richtig gerechnet habe, also 24 Fässern mal 500 Liter, ja, also vielleicht benutzen sie sogar zweimal, keine Ahnung. Aber man könnte das fast hier als Limited Edition auch betrachten. Denn wenn diese Charge von Bush Mills dann aufgebraucht ist, das war's. Bush Mills hat beschlossen, seitdem sie aufgekauft wurden. Ach, das ist auch nicht richtig. Bush Mills wurde nicht gekauft. Bush Mills wurde gehandelt. Jemand wollte damals, wer war das? Ich habe vergessen, unbedingt eine Tequila Marke in Mexiko haben. Und da haben sie getauscht und gesagt, hier, bitteschön, du kannst Bush Mills in Ireland haben und ich kriege deine Tequila aus Mexiko. Und die wurden dann da in der Kuhhandel praktisch dann da miteinander vertauscht. Und ab diesem Zeitpunkt war kein Drankommen an New Make von Bush Mills. Ab da wurde alles dann da für ihre eigene Produkte benutzt. Und das Interessante ist, es war elf Jahre alt. Die haben das ein Jahr lang in Cherry Fässern greifen lassen. Deshalb es zwölf Jahre alt. Und jetzt füge ich noch was hinzu. Es gibt momentan eine Engpass bei Bush Mills 16 Jahre alt. Hm, warum wohl? Vielleicht, Jason, Verschwörungstheorie. Vielleicht, weil man damals vor fünf Jahren die ganzen elfjährigen Whisky verkauft hatte. Und jetzt hat man den nicht mehr denn da, um denn hier Bush Mills 16 zu machen. Stattdessen, was ich im Glas habe, ist ein Quiet Man Irish 12-Year-Old mit einem Sherry Finish. Mensch, 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 wie das alles so zusammenkommt. Lass uns erst mal riechen. Oh, das ist Irish Whisky. Das ist Irish Whisky mit einem Sherry Finish, was absolut bombastisch ist. Da ist fruchtig, da ist Sherry, das ist würzig, da ist würzig, da ist würzig, ist nicht mit, würzig verbändig mit Roggen. Aber da ist eine, ein, 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 ein Anteil von Grain da drin, von Malt. Ah, wow, der ist an der Nase gut. Also da ist wenig Alkohol, 46 Prozent, wenig Alkohol, zwölf Jahre alt, sehr, sehr fruchtig, ein bisschen beerig und ein bisschen auch hier von den typischen Irish, also dieses leichte, gemalzte Irish Whisky. Mehr kann ich nicht sagen. Ich finde, ich finde, gut gelungen. Also, nochmal im Mund. Wow. Oh, am Ende ein bisschen Hitze. Habe ich nicht erwartet. Auch der Abgang ist mittellang. Einiges an Hitze am Ende. Wow. Im Mund kommt es da rein, süffig, süß, scherig, fruchtig, nett. Es entwickelt sich sogar ein bisschen hin zu eine süße, nicht, es ist keine Sherry-Bombe. Denn das ist es nicht. Schau einfach mal diese Farbe hier an. Er war knauselig, der Michael Moore. Er hat mir zwei CL gegeben, nicht 2,5 CL. Also wirklich. Vielleicht hätte ich mehr mit ihm reden müssen. Ähm, oh, das kommt gut im Mund rein. Und dann entwickelt sich schon ein bisschen schärfer, ein bisschen Hitze, ein bisschen Alkohol am Ende. Und auch beim Abgang bleibt es als nicht, ist nicht unangenehm. Es ist echt gut. Und da diese fruchtige Süße ist da mit ein bisschen ein Sherry-Hauch oben drauf. Ja. Es gibt manchmal, jemand hat heute gesagt, auf einer, auf der Whisky-Messe, ähm, das war bei Ben, ähm, Norach, glaube ich. Als ob jemand mit einem Zigarren darauf gehaucht hätte. Und so ähnlich kommt es mir vor mit dem Sherry. Also es gibt Sherry-Bomben wie Glen Dorach. Das ist es nicht. Da ist ein Haufen Sherry dazu. Und das ist richtig, richtig, richtig gut. Wow. Also The Quiet Man, Irish, 60, 60 Euro, 12 Jahre altes Single Mouth, 46% ist richtig gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt habe ich mein Problem. Bin ich bereit, mein 1 Minus auszurücken? Mein 1 bewahre ich wirklich auf und mein 1 Plus habe ich, glaube ich, einmal bisher in meinem Leben auf, am Kamera gegeben. Das war die Eagle Rare 17, glaube ich. Den bewahre ich noch auf und meine Glen Farkless 40 und so weiter und so weiter. Es gibt einige 1 Plus, die noch kommen werden, garantiert. Ein 1 ist es nicht, aber es schwankt sehr stark zwischen ein 2 Plus und ein 1 Minus. Ralphie gibt immer seine Noten gemäß seiner Kategorie. Er sagt, für 1 ist es eine Bourbon Note, das ist eine Irish Note, das ist eine Single Mouth Note, das ist eine Single Mouth Note, das ist eine Blended Note und so weiter. Und auch wenn ich das einfach mal hier anwende, für eine Irish Whisky Note ist es eindeutig ein 1 Minus. Ich weiß, dass ich wirklich verglichen mit einigen Scotchs, die ich noch probieren werde, es ist kein 1 Minus. Aber für ein Irish Whisky ist es ein 1 Minus. Und das sage ich einfach mal hier, 1 Minus. Gut, sehr gut sogar. Wow. 60 Euro, wahrscheinlich sogar gerechtfertigt. Dennoch 2 Plus. Also, 2 Plus ist für ein Preis-Leistungs-Erhältnis um 60 Euro gebe ich selten. Aber, für The Quiet Man, der sourcete Bush Mills, 11 Jahre alt, mit einem Jahr in Scheriffässern, nachgereift, ist das Zeug absolut super. Also, wenn ihr ein Irish-Fan-Liebhaber seid, findet den Quiet Man Irish 12 Jahre alt. Den wird es lange nicht geben. Also, ein Jahr, Maximum 2 Jahre gebe ich denen. Und dann ist er alle. Vielleicht dauert es ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Aber ich sage wahrscheinlich nicht so lange. Wow. Also, ist der gut. Leider ist mein Glas leer. Leider ist mein Sample leer. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein Flaschenteilung machen werde. Aber, falls ich dazu komme, könnt ihr gerne dann anfragen und da euch 10 CL denn da gönnen. Denn das Zeug ist gut. So. Whisky Jason her. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Immer liken, immer abonnieren, immer erzählen, was ich anders, besser oder auch einfach mal gut mache. Das macht auch mir Mut. Und ich freue mich immer wieder, American Bourbon zu testen. Auch Irish jetzt hier mittlerweile. Und dann gehe ich auch weiter nach anderen Ländern dieser Welt. Und irgendwann 2018 komme ich hoffentlich in Schottland an und werde dann da mich durch ungefähr 200 verschiedene Samples, die ich schon mittlerweile angesammelt habe, durchtesten. Und das freut mich, dass ich als Whisky Jason hier einfach euch helfen kann, zu entscheiden, ja oder nein, kaufe ich, kaufe ich nicht. Eindeutige Kaufempfehlung. Tschüss und bis demnächst.